Die siebende See Nützlicher Trick Du frierst die Gischt und machst damit Nebel Hast du dir das selbst beigebracht? Sie haben mich dazu gezwungen Wenn die eiserne Flotte auf See war Habe ich so ihre Bewegungen verbergen müssen Nur ein Kampf Nein, du lögst Das könnte die letzte Chance sein, die ich habe Die letzte Chance damit abzuschließen Ich muss es tun Was es auch kostet In Ordnung Da ist er Der Mutterkristall der Eisernen Drachenhauch Strömungen Scharfe Klippen und Ätherfluten Nicht zu vergessen Diese Insel ist eine natürliche Festung Ich denke, sie wiegen sich hier in Sicherheit Die Rückseite scheint nach wie vor niemand zu bewachen Das Heiligtum liegt im Vulkan Wenn wir dem alten Pfad folgen Sollten wir zum Hintertor gelangen Gut Gehen wir Feuer und Eis Ah, okay Weil sie Eis kann Und wir sind jetzt hier auf eine Feuer Ich dachte immer, ich würde mal zur Rückeroberung hierher kommen Die Insel war mal Teil von Rosaria, oder? Genau Bevor die Eisernen sie in ihre Clown bekommen haben So wie mich So wie mich 13 lange Jahre habe ich erleben müssen Immerhin kenne ich mich jetzt gut aus Dieser Weg wurde nach einer Ätherflut stillgelegt Da wird euch nur bewacht Die perfekte Abkürzung Was haben wir denn hier auch? Allesamt akasisch Die Ätherflut breitet sich aus So schlimm war es damals noch nicht Ich fürchte, wir haben keine Wahl Der Weg führt da durch Okay Kurze Prozess Äh, die Musik ist geil Ich falle nicht Aber erinnert mich wie ein paar Was am Betreuung Die gibt es hier oft Und das ist ein kleines Kein Grund zur Sorge Oh, da war was Das ist halt da со Der Ja 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 Oh, das ist schon. Das ist schon mal so. Nein, das ist schon mal. Nein, das ist schon mal. Und da. Kannst du mich treffen? ist das arboretum. Von dort kommen wir in die Höhlen. Was für ein Arbor? Arboretum. Ich bin gespannt, was wir als nächstes an Kraft bekommen. Ja, oder? Nachdem? Ja, kann sein, dass die Tal kommt. Oh nein, das sieht auch vom Bossfeld aus. Scheiße, Mann. Bitte nicht, bitte nicht. So ein Zwischenboss vielleicht. Halt. Was ist darunter? Hm. Morbo. Akasisch. Akasisch ist Morbo. Wie in alten Zeiten. Halt dich von seinem Maul fern. Glaub mir, das wäre ich. Ach, ekelhaft. Nicht einatmen. Sagt er der Richtige, ja? Kein, das gibt ja auch noch keinen Schopf. Die Attacke. Das ist ja noch besser. Ich bin einatmen. Ja, kommt dir das runter. Ja, kommt dir das. Es geht auf, Alter. Ja. Ja, wir wollen nicht. Du bist nicht. Ja. Du bist nicht. Ja... Ja, du bist nicht. Oh nein, das ist. das ist ja 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 Wieso können die Sprengen? Haben die keine Fotzeilen? Caroda! Na gut! da ist das mal wohl erledigt oder besiegt erledigt beseitigt whatever das war das selbe zwischenboss am ende kommt bestimmt einer der uns aufhalten kann ja wir haben noch die titanen wir haben noch den bereiten diesen drachen und die eis ganz schön heiß hier wir sind jetzt im innern des vulkans man gewöhnt sich daran obwohl es heißer ist als ich es in erinnerung habe natürlich die nächste die drauf geht das ist scheiße sie werden stärker das stimmt nicht aber dann haben wir den ja fach ich besser gut aia Ja. So, ich würde gerne mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Hm, ich würde ja eigentlich gerne den hier nehmen, ne? 4, 3, wie viel zieht der ab? 3, 3. Okay, es geht nochmal länger. Ja, ich spar weiterhin. Vielleicht ging er ja das noch vor dem Bossfighter, aber ich glaube eher nicht. Keine Fehler. Ja. 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 Ja, ja. 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 Oh my god! Es wird richtig heiß. Sogar den Schweiß bei den Leuten sieht. Das sieht richtig sexy aus. Geh schnell! Bevor es schmilzt! Das wird knapp. Komm her! Das machen wir nicht nochmal. Oh. Nö. Wie komme ich jetzt zurück? Na ja, who cares, ne? Wer nicht bis jetzt, der gewinnt. Oh, die Wadespruch. Komm mal. Oh ne, was ist das denn? Wir halten uns nicht auf. Vielleicht nicht einzeln, aber in so großer Zahl. Was ist denn da? Ja. 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 Da hat sich kapiert gerade. Ja. Dann kommen wir auch da durch. Das ist mehrere Wege. Tja. Hier geht's nicht mehr rüber. Also. Okay. Suchen wir einen anderen Weg. Alles klar. Fahr wieder auf dem Weg. Wenn's aber nicht mehr so weit ist, dann würde ich gerne mal hier einen Cut machen. Oh ne, was ist das denn? Was zur Hölle ist das? Bei dem. Da ist er dran. Ich hab nicht die geringste Ahnung. Egal. Was immer es sein mag. Freunde werden wir nicht. Ah, mein Junge. Wie ist die Welt mit dem aus? Wie sieht das? Wie sieht das aus? Wie ist das? Wie ist das? Ganz wichtig. Ich bin das. Neeeeeeeeeeeeeeeeee Oh, oh... Neeeeekstaaaaaaaaaaaa Ah... Junge, Junge, Junge oh warte mal ja das sieht noch ein boss weiter aus arena vor uns habe ich schnell ging das bitte weiter sie auf jeden fall schon krass aus hier naja schütze diese laber wir machen am nächsten weiter können wir jetzt mittlerweile hat die wir schon geil aber den ja ich weiß nicht ist nicht so meins ich war noch geil meister auch krass welcher war das wo ist der hier ne der hat schon guten schaden nein ich würde sagen wir sehen es dann beim nächsten mal ciao hallo leute es geht ihr heute mit final fantasy 16 naja wir wollen mal den boss fight starten ist wohl der kleine hier der den vulkan so zum kochen gebracht hat das wäre so einer ist der hier wohl die ausnahme ist der hier Oh mein Gott. Oh, jetzt verhofft er. Keine halben Sachen. Was hat er vor? Ja, nix, äh, Gutes. Oh, nice. Ja, nix. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nice Wir haben ihn Flammechse, er liegt So eine Ex hat man auch schon mal Im gleichen Verschnitt Schade Wir haben nicht gemüt, Erbauten und Hilfe Bekommen Mal gucken So Ganz schön heiß hier Dann zieh dich aus Äh, was? Was ist das? Ach, Wasser, okay Das wäre ja irgendwie so eine Magie Der hat ganz schön Radau gemacht Für irgendwas Hoffentlich hat das niemand gehört Zu den inneren Kammern geht's da oben Von dort weiter zum Heiligtum Ich bring das zu Ende Bevor die Hitze mich umbringt Dann los Wir schleichen uns durch den Dienstflügel Ins Sanktuar Dort wird allerdings viel los sein Dann dürfte es schwierig werden Unentdeckt zu bleiben Das stimmt wohl Aber es gibt dort jemanden Der uns helfen kann Das stimmt Also Okay. Okay. Schwester Marley! Ich bin's! Bei der Mutter? Jill? Unmöglich! Doch, ich bin es! Wir können hier nicht reden! Kommt mit! Dann wird uns bestimmt einer oder die andere verpetzen. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich auch. Haben dich alle guten Geister verlassen? Warum bist du zurück? War die Freiheit denn so schwer zu ertragen? Vergebt mir, Schwester. Aber... Ich konnte nicht hinnehmen, was an diesem Ort geschieht. Sag mir, wo ist der Patriarch? Zu dieser Stunde ist er im Sankt Doar. Bei seiner Andacht. Was? Ihr meint... Dieser Unmensch! Clive! Wir müssen schnell zum Heiligtum. Los! Schwester Marley! Ihr müsst von hier fliehen! Nehmt eure Sachen und geht! Hör mir zu, Jill! Wir haben Besuch! Scheiße! Das habe ich noch gesagt. Das sei einer, der uns verbessert. Hier entlang. Ja, und was ist denn hier? Du wirst doch sterben. Ja, und was ist denn hier? Ihr verdient ein besseres, ein glücklicheres Leben. Das müsst ihr mir versprechen. Versprochen. Aber du musst mir auch dein Wort geben. Aber du musst mir auch dein Wort geben. schon besser. Schon besser. Ich werde immer verwenden. Kata da Kata! Wow! Oh! Oh! Wend sie! Oh! 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 Wirklich nicht. Oh! 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 ist die karte wie viele denn noch ja 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 bevor wir dahin gehen das hier ja hier geht's hier geht's ja so hin ja da war doch noch ein anderer weg oder ja wo geht's hier dann ja okay ist auch zu okay okay na toll dann halt nicht dac spiel danke 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 aber ah jetzt können wir endlich das ausgeben die wäschgern hier und schlag irgendwie ausgestattet hier hier und schlag warte mal statt den hier haben sie haben was krasses wokade ja aber ist auch nicht das wahre der ist geil okay ne das ist schon eine gute auswahl warte mal das kann man nochmal hier machen achso ok ok da haben wir eine neue attacke ne hier haben wir wenn auswahl die nicht das ist obviously die die